Für den Schweizer Militärpiloten Andreas Kuhn ist es die Krönung seiner fliegerischen Karriere. Bald startet und landet er mitten im Atlantik auf einem amerikanischen Flugzeugträger. Es ist eine extrem grosse Idee, dass ich als Schweizer hier in Amerika sein darf und amerikanische Flugschüler ausbilden darf. Zweitens, dass es mir quasi zutraut, dass ich das schaffen werde, dass der Flieger wieder auf dem Flugzeugträger landen darf. Hier ist alles extremer. Die Wetterbedingungen, die Platzverhältnisse, und die Gefahren. Ich freue mich auf den Flugzeug, aber es wird sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr, sehr ausfordernd werden. Ich freue mich auf den Weg. Virginia Beach an der US-Ostküste. Im Sommer ist der Strand ein beliebtes Ferienziel für Amerikaner. Die Stadt selbst könnte irgendwo in den USA liegen. Ein eigentliches Stadtzentrum gibt es nicht. Zu Fuss ist hier kaum jemand unterwegs. Virginia Beach lebt vor allem vom Militär. Der grösste Teil der Bevölkerung arbeitet für die US-Navy. So auch Andreas Kuhn. Vor gut zwei Jahren ist der 37-jährige Luzerner mit seiner Familie hierhergezogen. In eine Umgebung, die so ganz anders ist als die Schweiz. Ich hatte das Gefühl, in einer Stadt zu leben, in der ich gerne habe. In der ich immer gerne hatte. Das habe ich hier nicht. Das ist auch wunderbar für die 3.5 Jahre, anders zu leben. Aber so ein bisschen das heimelige, rein vom Lebensgefühl her, das ist jetzt das, was mir aktuell gerade fehlt, vor der Schweiz. Dafür komme man sich hier weniger in die Quere als zu Hause in der Schweiz. Das unbeschwerte Leben, das man hier führt, in einem gewissen Rahmen, einfach das Leben und Leben lassen, wo sich die Amerikaner gross auf die Fahne schieben und wo effektiv auch gelebt wird. In der Nachbarschaft, es stört der Nachbar nicht, wenn am Sonntag am Morgen um 10 Uhr aus der Rasen meien. Kuhn lebt mit seiner Frau und den drei Kindern am Stadtrand, auf einem kleinen Inselstreifen, der nur durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Hier in den USA absolviert er ein Austauschprogramm zwischen der Schweizer Luftwaffe und der US Navy. Als Fluglehrer bildet er amerikanische Piloten auf dem Fah18-Kampfjet aus. Andreas Kuhn lebt seine Leidenschaft. Das Fliegen bedeutet ihm alles, sagt er. Doch die Familie stehe immer zuoberst. Als die Ausschreibung für das aktuelle Austauschprogramm, in dem ich teilnehme, draussen war, war ich nicht einfach soviel, dass ich die Umringung machen will. Ich wusste, zuerst muss meine Frau im Boot sein. Und erst wenn ich das Okay von ihr habe, das will, und sie auch will kommen, nicht nur sage, dann komme ich halt mit, ist okay, ist gut für dich, sondern wenn sie sagt, nein, das will ich auch machen, erst nachdem habe ich gesagt, doch, ich bewerbe mich für das Austauschprogramm. Frau und Kinder möchten lieber nicht gefilmt werden. Deshalb steht Kuhn für einmal allein im Grossengarten. So wie ich ihn in seiner Freizeit erlebe, würde ich im ersten Moment gar nicht darauf kommen, dass hier ein Kampfjetpilot am Laubrechen ist. Kuhn ist nicht die Hollywood-Version eines Militärpiloten. Keine Lederjacke, keine Gelfrisur, kein schnittiges Auto. Und tatsächlich hatte Kuhn als junger Bub andere Pläne. Ich wollte Elektro-Ingenieur werden, etwa mit 7, 9, 8 Jahren. Das war immer mein Berufsschwunsch. Und das hat jetzt so ein bisschen angefangen, ich glaube, es waren zwölf Jahre, als wir das erste Mal mit der Familie auf Griechenland in Pfirsing geflogen. Das war so eine gute alte Zeitung, wo wir noch in die Kinder konnten ins Cockpit gehen. Und all die Knöpfe und total fasziniert. Und dort hat es, dort hat es ein bisschen angefangen, den ersten Schritt hat eigentlich meine Mutter gemacht, die aus der Zeitung ein Inserab für die FVS, die fliegerische Vorschulung, den Vorgänger von Sphär ausgeschnitten hat und mir das auf die Tische gelegt hat und gesagt hat, du dich anmelden. Was hätte wohl der zwölfjährige Andreas damals gedacht, wenn man ihm gesagt hätte, dass er einmal auf einem Flugzeugträger landen würde? Sechs Wochen lang hat Kuhn nur noch dafür trainiert, das Landen auf einer ultrakurzen, schwimmenden Piste mitten auf dem Meer. Wenn mir Kuhn davon erzählt, klingt er fasziniert. Es sei ein Höhepunkt, sagt er. Aber auch die Anspannung merke ich ihm an. Nur noch zwei Tage bis zum Flugzeugträger und der Druck nimmt zu. In einem Beruf wie diesem, wie hat man mit Druck umgehen? Tag täglich. Von dem her ist es von dem her keine neue Situation. Das heisst nicht, dass ich am Dienstag, wenn es losgeht, nicht trotzdem etwas nervös sein werde. Das ist klar. Aber es gehört auch dazu, dass man keinen Respekt hat oder eine gewisse Nervosität. Man braucht es von einem wichtigen Einsatz. Auf jeden Fall. Das ist aber auch, wie man es zeigt, dass man sich gut vorbereitet hat. Noch ein Tag bis zum Flugzeugträger. Ein letztes Training steht an. Das Briefing übernimmt Kuhn oder Nook, wie er hier bei seinem Pilotennamen genannt wird. Wetter, Anflugverfahren, Frequenzen, Notfallabläufe. Im Schnelldurchlauf geht die Gruppe das Wichtigste noch mal durch. Mir fällt auf, viele Piloten tragen einen Schnauz wie Kuhn. Das sei Tradition in der Ausbildung für den Flugzeugträger. Ich werde nicht jünger und tauche nicht besser. Darum fliege ich mit Brüllen. Was darf man? Ja, das ist ein Klischee, dass Militärpilote keine Brüllen haben dürfen. Das ist nicht der Fall am Anfang. Die Selektion muss die Augen noch gut sein. Aber es ist ja klar, dass mit dem Alter bei gewissen Leuten die Augen schlechter werden. Ich habe ziemlich in den gleichen Jahren wie damals mein Vater. Wir müssen anfangen Brüllen zu tragen. Nicht zum Autofahren, nicht zum Arbeiten im Büro, aber zum Fliegen ist es eine grosse Hilfe. Absolut. Das waren die Gegner auch früher. Was ist das für ein Logo auf dem Helm? Das ist ein Gladiator. Das sind wie von 6 Gladiators. Das ist ein Gladiator mit einem Schweizer Schild. Andreas Kuhn trägt das Schweizer Kreuz mit Stolz. Er sagt, er könne sich gar nicht vorstellen, ohne das Symbol seiner Heimat abzuheben. Das Kreuz kommt auch auf den Flugzeugträger mit. Ein Ort mit ganz anderen Verhältnissen als Kuhns Heimatbasis in Meiringen. Es ist nicht immer einfach, zu Meiringen bei Föhn anzufliegen, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Schwierigkeit, die man hat, auf dem Flugzeugträger zu landen. Ich werde das bald selber auch feststellen dürfen. Die Naval Air Station Oceana ist riesig. Allein in Kuhns Staffel, den Gladiators, fliegen 110 Kampfjets. Das sind doppelt so viele wie in der gesamten Schweizer Luftwaffe. Viele der Piloten, die hier ausgebildet werden, fliegen schon bald Kriegseinsätze. Es ist sicher eine spezielle Situation, dass ich als Schweizer, als Neutraler in der US Navy fliege, die täglich Kriegseinsätze fliegt. Hättest du Mühe, wenn du das, was du hier gelernt hast und auch ausbildest, gegen eine Bevölkerung einsetzen müsst? Nein, ich bin Militärpilot und es ist meine Aufgabe, Befehl auszuführen. Und wenn das der Befehl wäre, würde ich das selbstverständlich auch machen. Aus Gründen der Neutralität darf Kuhn natürlich keine Kriegseinsätze fliegen. Aber als Fluglehrer bereitet er Piloten auf eben solche vor. Das Austauschprogramm zwischen der Schweiz und den USA entstand vor über 20 Jahren. Als die Luftwaffe damals den FH-18 Kampfjet kaufte, liess sie ihre Fluglehrer bei der Navy umschulen. Seither besteht die Partnerschaft. Gleichzeitig befindet sich immer auch ein US-Pilot in der Schweiz. Es geht darum, dass wir unsere Leistungen vergleichen können. Sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir auf einem guten Stand? Sind wir konkurrenzfähig? Das Austauschprogramm ist eine der Möglichkeiten, das zu machen. Die Flugzeugträgerqualifikation ist dafür nicht zwingend nötig. Aber sie gehörte von Anfang an zum Programm dazu. Zur Freude der Schweizer Piloten. Der Trainingsauftrag am Tag vor dem grossen Moment lautet Landungen üben. Auf einem Flugfeld etwas südlich der Basis ist auf der grossen Landebahn die winzige Piste des Flugzeugträgers aufgemalt. Im Minutentakt dröhnen die Jets an uns vorbei. Andreas Kuhn und seine Kollegen versuchen immer wieder im richtigen Winkel den idealen Aufsetzpunkt zu finden. Auf dem Flugzeugträger wird das dann noch deutlich schwieriger. Kuhn spricht von Europa-Park-Feeling. Ein sogenannter Landing Safety Officer beobachtet und bewertet jeden Anflug. Er entscheidet, wer ein Ticket für den Flugzeugträger bekommt. Hier ist Kuhn nicht mehr Fluglehrer, sondern Schüler. Die USS Dwight D. Eisenhower. Ein Flugzeugträger angetrieben von zwei Atomreaktoren. Fast 6000 Frauen und Männer arbeiten an Bord dieses gigantischen Schiffes. Über 80 Flugzeuge finden hier Platz. Vor ein paar Monaten noch befand sich der Flugzeugträger im Persischen Golf im Kampf gegen den IS. Über 1000 Bomben wurden bei diesen Missionen abgeworfen. Die Eindrücke auf den Flugzeugträger erschlagen mich fast. Einerseits bin ich fasziniert von diesem Wunder der Technik. Andererseits wird mir an jeder Ecke bewusst, dass dies ein Kriegsschiff ist. Eine grosse, schwimmende Waffe der USA. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Fernsehteam aus der Schweiz bei Flugzeugträger-Qualifikationen mit an Bord ist. Nach zwei Jahren der Vorbereitung ist es deshalb auch für meinen Kameramann und mich ein ganz besonderer Moment, nun auf dem Flugdeck zu stehen und diesen Film zu drehen. Andreas Kuhn ist einige Stockwerke unter Deck einquartiert. Sich hier zurechtzufinden, braucht Übung. Die langen Gänge, die vielen Leitern, keine Fenster. Das macht die Orientierung für Besucher nicht ganz einfach. Aber Kuhns Gedanken drehen sich nun um seinen Flug. Und dieser wird eine noch grössere Herausforderung als erwartet. Die Bedingungen heute sind 40 Knoten Wind. Normalerweise haben wir 25 bis 30. Es ist etwas anderes, als wir uns vom Training gewohnt sind. Wir müssen allenfalls nur mit sogenannten Half-Flaps anfliegen. Der Landeklappe ist nicht ganz ausgefahren, weil es so viel Wind hat. Wir werden einen steileren Anflugswinkel haben, das wir uns vom Training gewohnt sind. Also es ist alles etwas anders heute, als wir das gedacht haben. Mal schauen, vielleicht auf den Boden nimmt der Wind noch etwas ab. Und es wird vielleicht ein bisschen einfacher, als es an Kataktenwillen ist. Wenn nicht, dann machen wir das, um geachtet werden. Der Start vom Flugzeugträger erfolgt mit einem Katapult. Gestartet wird nämlich auf einer Strecke von nicht einmal 100 Metern. Das Bugrad des Flugzeugs rastet im Katapult ein. Der Pilot gibt vollen Schub. Und dann jagt das Katapult den Jet vom Schiff. Die Landung beschreiben die Piloten als kontrollierten Absturz. Der Jet muss exakt aufsetzen, damit der ausgefahrene Fanghaken eines der Kabel erwischt, welches das Flugzeug dann gewaltsam stoppt. Hier ist Feingefühl gefragt. Der Pilot muss gleichzeitig wieder Vollgas geben, für den Fall, dass er das Kabel bei der Landung verpasst. Im sogenannten Ready Room beobachten die wartenden Piloten ihre Kollegen via Bildschirm. Der Moment rückt näher. Die Anspannung ist Kuhn nun deutlich anzusehen. Die Anspannung ist Kuhn. Zu oberstem Kontrollturm weiss man um diesen Stress. Wir müssen uns sehr konzentrieren, denn diese Jungs machen das zum ersten Mal. Wir schauen hier, dass wir alle sicher runterbringen. Wissen Sie, dass auch ein Schweizer Pilot an Bord ist? Ja, das habe ich gehört. Und wie ich höre, ist die Schweizer Marinefliegerei stark am Wachsen. Mein Ernsthaft, es ist toll, dass wir eure Jungs trainieren können. Die Schweizer, aber auch die Briten, all unsere Partner. Das ist wirklich toll. Es ist soweit. Bei tiefstehender Sonne, starkem Wind und Wellengang besteigt der Schweizer seine FH 18. Nun bin ich selber angespannt. Merke, wie ich mit Kuhn mitfiebere, jetzt wo der grosse Moment gekommen ist. Der Start von einem Flugzeugträger. Die Navy erlaubt uns, eine kleine Kamera im Flugzeug zu platzieren. So haben wir die aussergewöhnliche Möglichkeit, direkt neben Kuhn im Cockpit dabei zu sein. Es ist eine beeindruckende Perspektive. In unmittelbarer Nähe starten und landen Kampfflugzeuge, während Kuhn zur Startposition gelotst wird. Ein letztes Mal kontrolliert Kuhn die Steuerung seines Jets. Und dann geht's los. In zwei Sekunden auf 270 Stundenkilometer. Es ist kaum zu hören, aber Kuhn juchzt vor Erleichterung. Der Start ist geschafft. Der schwierigste Teil folgt aber erst noch. Die Landung. Zuerst fliegt Kuhn ohne Fanghaken an. Wie im Training muss er beweisen, dass er den punktgenauen Anflug beherrscht. Diesmal aber auf einer Piste, die sich im Wasser auf und ab bewegt. Der erste Test gelingt. Der erste Test gelingt. Es folgt der zweite. Punktgenau. Und dann gilt's ernst. Kuhn hat den Fanghaken ausgefahren. Im Licht der Abenddämmerung nimmt er den Flugzeugträger ins Visier. Er setzt zur Landung an. Und verpasst alle Fanghaken. Jetzt wird's eng. Kuhn muss es vor Einbruch der Dunkelheit schaffen. Sonst muss er abdrehen, um noch rechtzeitig an Land zu fliegen. Das ist es. Der Schweizer landet erstmals auf einem US-Flugzeugträger. Gleich danach treffen wir den überglücklichen Piloten unter Deck. Erster Start, erste Landung auf dem Flugzeugträger. Wie fühlst du dich? Es ist unglaublich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Man kann sich effektiv nicht darauf einstellen. Ich habe vielleicht früher in der Sendung mal gesagt, ein Ruppenpark oder so. Das stimmt. Nein, das ist viel gewaltiger. Der Katapultstart ist wie mit einem riesen Hammer in den Bauch hinein gehauen. So drückt sie jetzt. Und die Landung, du bist am Fliegen, am Fliegen, am Fliegen, und das Nächste, wo du merkst, ist, dass du voller Gurte geworfen wirst. Weil du so stark abbremst wirst. Genial. Unglaublich. Das ist das Highlight von deiner Zeit wahrscheinlich in den drei Jahren, wo du in Oscienna bist, oder? Absolut, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich für alles gekommen bin, weil es hätte sein können, dass es nicht klappt, dass sie mich nicht schicken. Aber jetzt, nachdem ich die ersten zwei Cat-Shots und die ersten zwei Traps gemacht habe, muss ich sagen, genau deswegen bin ich gekommen. Ich freue mich für Andreas Kuhn. Die ganze Anspannung ist verflogen. Er strahlt eine Leichtigkeit und Freude aus, wie ich sie bei ihm in den letzten Tagen nicht gesehen habe. Und so verabschieden wir uns vom Schweizer auf dem Flugzeugträger. Ein knappes Jahr noch bleibt er mit seiner Familie in den USA, dann kehrt er zurück in die Schweiz. Und auch wenn dieses Abenteuer nur einen kleinen Teil seines Austauschs bei der US Navy ausmacht, es ist mit Sicherheit das prägendste Erlebnis. Das Starten und Landen auf einem Flugzeugträger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017